Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, App-Reviews wieder am Start und zwar meine nächste App-Review und zwar mit Jelly-Jump. So, ja, pff, worum geht's denn hier eigentlich? Und zwar um ein komisches Schwaddelding, aka der Jelly, der Gummi-Würfel sozusagen. Den müssen wir hier nach oben bewegen und zwar so lange, dass er nicht kaputt geht, müssen wir den hochspringen lassen und den nicht füttern, aber mit irgendwelchen Sachen stabiler machen, weil sonst hängen wir hier fest und haben natürlich keinen neuen Score aufgestellt. Okay, das Spiel ist an sich recht lustig, aber auch extrem schwer. Das hat wieder so einen Fun-Faktor wie der Flappy Bird, das damals ausgelöst hat. Seitdem kommen ja so eine Spiele zu Hauf raus und ihr seht, das Problem ist lediglich, ja, es ist auch mit Werbung voll bombardiert, das heißt, oh, verdammt, mit Werbung voll bombardiert, würde ich sagen, da haben wir dann das Problem, alle zwei-, dreimal klicken, kommt man aus Versehen da drauf und muss dann auf irgendwelche Websites weitergeleitet werden oder man wird gefragt, ob man weitergeleitet werden möchte. Und wenn man nicht schnell genug ist, so wie hier, dann wird man von so einer schwarzen Flüssigkeit eingesogen und oben rechts sammelt sich irgend so eine, ja, so eine Tröpfchen, 90 Tröpfchen, glaube ich, sagen wir es mal so. Keine Ahnung, was das sein soll. Oh, verdammt, gerade noch so geschafft. Und hier oben, äh, diese komische Waffelflüssigkeit, die ich hier immer einsauge, die ist dafür da, damit ich halt, ähm, nicht totgestorben bin vorher, sondern damit dieser Jellywürfel sich halt nicht auflöst durch Wärme oder Hitze, denke ich jetzt mal, oder irgendwas, sondern ich muss schnell nach oben springen, ihr seht das. Und sonst fängt er an so zu tauen. Oh, jetzt haben wir es geschafft. Oh, komm schon. Neuer Rekord. Irgendwas passiert hier. Ich hänge fest wieder. So ein Mist aber auch. Ja, Freunde. Jetzt haben wir den Rekord von 11 gebrochen, sind auf 13 hochgehüpft. Das Witz hier daran ist, es ist eigentlich ein sehr trübes Spiel. Es verändert sich nicht sonderlich viel außer der Hintergrund. Das ist schon mal ganz cool an der Stelle. Wenigstens sieht man das an, von der Situation, das ist schon mal ganz gut. Also es wird mal blau, lila, gelb, pink, rot und so weiter und so fort. Ihr müsst halt ein Reaktionsvermögen haben, ungefähr richtig einschätzen. Ah, so, zum Beispiel, wann man wie hoch springen muss oder wann man drücken muss. Und dann hat man hier natürlich noch die besten Listen, wo wieder einige Faker dabei sind, wie ich das hier so sehe. Hier, das ist auch ein Faker. Aber hier sind die richtigen Faker. Ja, die haben alle 10.000 Punkte. Und Freunde, wie kann man bitte 10.000 Punkte in dem Spiel haben? Besonders die alle hier. Alle. Durch die Bank weg. Und ich gucke und freue mich dann immer. Ich bin unter den besten 57%. Wey, denke ich mir. Wie haben denn die anderen Prozente das geschafft auf 10.000? So oft könnte ich gar nicht hier gedrückt halten. Ja, Jelly Jump. Ein lustiges Gummispiel. Also Gummibärchen mal anders, viereckig, quadratisch. Und wer Bock hat, lädt sich die App natürlich kostenlos aus dem Playstore herunter. Link, wie immer, in der Beschreibung. Und so weit, so gut. Viel Spaß damit und wir sehen uns bei der nächsten Apple View. Auf Wiedersehen.